Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Reaction-Video. Wir werden heute auf Crypto Crew University reagieren und der feine Herr hat einfach mal den Bitcoin-Boden vorhergesagt. Also er ist der Meinung, der Bitcoin-Boden ist drin und er hat es auch die letzten Male, zumindest wenn man sich gleich seine Charts anschaut, durchaus prophezeien können. Deshalb habe ich gedacht, das ist ein sehr, sehr spannendes Video für uns alle, zumal ich ja eigentlich anderer Meinung bin. Aber ich muss zugeben, nach diesem Video habe ich gestern Abend echt ein bisschen nachgedacht und da kamen mir einige Sachen so zusammen, wo ich dachte, hm, eigentlich könnte es wirklich so kommen. Passend dazu habe ich mal wieder mein Bitcoin-Shirt aus dem Schrank geholt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Er hat schon ein paar Jahre hinter sich, aber passt auf jeden Fall noch und ich denke mal, das ist halt ein guter Anlass, das mal wieder anzuziehen, denn normalerweise sind meine letzten Shirts hier alle mit dem wunderschönen XRP-Logo verziert. Übrigens, falls es noch nicht geschehen, abonnier doch sehr gerne den Kanal, um solche spannenden Videos und vor allem auch Videos zu Bitcoin, XRP und vielen, vielen, vielen anderen Altcoins nicht mehr zu verpassen. Jetzt würde ich aber mal sagen, habe ich genug geredet. Lasst uns direkt loslegen. Ich werde versuchen, es so gut wie möglich zusammenzufassen, damit ihr die Kernbotschaft versteht und würde mal sagen, lasst uns direkt loslegen. Er zeigt jetzt als erstes einmal, dass es eine Formation gibt, die er hier eingezeichnet hat, die, wenn sie durchbrochen wird, eben sehr, sehr stark nach unten ausweicht. Das hat man hier gesehen. Er hat das damals wohl eingezeichnet und ist es sehr stark nach unten ausgebrochen. Er hatte sogar die Tiefe prognostiziert. Allerdings kann ich das nicht nachvollziehen, weil ich bisher nur dieses Video von ihm gesehen habe. Er erzählt aber, dass er das Ganze vorausgesagt hätte und sogar angeblich diese Linie eingezeichnet hätte. Naja, wir werden mal sehen, ob er dieses Mal recht behält, denn das, was er uns jetzt zeigt, können wir denn wirklich mal gegenprüfen die nächsten Tage und Wochen. Und zwar sagt er, dass wir hier unter der 200er EMA sind, ist sehr, sehr, sehr kurios, weil das in dieser Form noch nie passiert ist. Und was er damit meint, dass das noch nicht passiert ist, das zeigt er euch hier. Und das ist ein Wochenchart, das ist sehr wichtig. Also wir reden hier nicht über ein paar Tage, sondern wirklich, das ist immer eine Kerze, die für eine ganze Woche steht. Und ihr werdet gleich sehen, wie diese gelbe Linie respektiert wird. Und jedes Mal, wenn der Kurs gedroppt ist, vielleicht ein doch durchschießt, aber der Body der Kerze immer überhalb dieser oder oberhalb dieser Linie tänzelt. Selbst bei dem C-Crash, selbst da wurde diese Linie respektiert. Wow. Also das Besondere ist hier, wir haben nicht nur einmal einen kurzen Docht nach unten schießen lassen, so wie es hier vielleicht noch den Anschein gemacht hat, sondern wir haben drei Wochen, wovon zwei jetzt schon unterhalb dieser Linie geschlossen haben. Also wir haben tatsächlich einen Abschluss dieser Kerze unterhalb dieser 200er Marke. Und das ist seiner Meinung nach ein extrem kritischer Level. Eine solche Situation hatten wir bisher noch nicht, von daher gilt jetzt abzuwarten, wie das Ganze aufgelöst wird. Aber ich kann euch beruhigen, es wird gleich sehr, sehr positiv, wo man bis hierhin noch denkt, es ist sehr negativ. Achtung! Als nächstes hat er hier so einen Zyklus-Chart oder einen Cycle-Chart aufgemalt, der so ein bisschen aussieht wie dieser Rainbow-Chart. Den kennt ihr wahrscheinlich alle, sonst blende ich den hier mal eben ein. Und ihr seht, auch hier sind wir jetzt in einer Phase, in der wir schon mal waren. Wir waren nämlich schon mal hier, das war wahrscheinlich 2020, dieser C-Crash. Und auch hier 2016 oder 2015 waren wir bereits einmal unterhalb dieser Linie. Aber wie ihr sehen könnt, minimal, während wir hier jetzt schon eine ganze Kerze unterhalb abschließen. Also bis hierhin wiederholt er eigentlich nochmal, dass es bis hierhin eher sehr seltsam, kurios und vor allem bearish ausschaut. Aber jetzt wird es spannend. Er zeigt nämlich jetzt hier diesen Chart. Das ist jetzt der erste positive Chart, den wir hier sehen. Wir haben also eben erstmal erkannt, dass irgendetwas nicht ganz mit rechtem Ding passiert, zumindest wenn man es mit der Vergangenheit vergleicht. Und jetzt haben wir mal noch ein Stück weiter rausgezoomt auf den Monatschart. Und dort hat er bereits die 19.5 predicted und vorher gesagt, dass wir eben dort höchstwahrscheinlich stoppen werden oder hoffentlich stoppen werden. Und bislang sieht es wirklich danach aus, als wir auf Monatschartbasis tatsächlich den Stopp gefunden haben bei der 19.5. Und ihr seht hier, paar Excellars wurden welche ausgebremst. Was also bedeutet, dieser Support, diese Unterstützung hält bislang und das ist sehr, sehr gut. So we've got some bad closes, but we do have some good closes. So do some of them cancel each other out? What's the big... Das wird jetzt heftig. Das wird jetzt sehr, sehr spannend. Picture, what's our thoughts? I do want to mention this. This is the Gaussian channel. And I have to say this, because again, you're trying to time the market bottom. And if you missed our video on that, you definitely need to go watch it. But let's make it simple. One, two, three, four, five times Bitcoin has entered the golden zone. Five. Also ihr nennt das Ganze golden zone. Den Gaussian channel benutze ich auch häufiger mal. Er zeigt einem eigentlich immer ganz gut an, dass es eben gewisse Phasen gibt. Und diese Phasen haben manchmal Umbrüche. Wenn wir eine gewisse Phase überschreiten oder hineinkommen in die Phase, haben wir meistens eine krasse Bewegung. So seht ihr zum Beispiel, wenn wir außerhalb des grünen Bereichs sind, dann gibt es eine etwas drastischere Bewegung nach unten. Dann finden wir irgendwo einen Boden und dieser Boden führt dann eben zurück in den roten Bereich. Und sobald wir den roten Bereich berühren, schießt der Kurs meistens wieder hoch und ist wieder in diesem Schlauch, wenn man das mal so nennen will. Und der Bereich, wo wir ausgebrochen sind nach unten und dann uns ein bisschen stabilisieren konnten, also quasi einen Boden gefunden haben, das nennt er jetzt die golden zone. Also die goldene Zone. Und der nennt sie deshalb so, weil in dieser Zone die besten Einkaufschancen waren in der Vergangenheit und auch sind. Und er meint jetzt, und das ist halt das Krasse, dass wir uns genau jetzt in dieser golden zone befinden. Und eigentlich, darüber habe ich gestern Abend nachgedacht, eigentlich, wenn wir uns mal so den vieren Greed Index vor Augen führen und wissen, dass der normalerweise, wenn er extrem ängstlich ist, irgendwann nochmal schlagartig jetzt Bullische umschwenkt. Das gepaart mit der Tatsache, dass wir irgendwie so ein richtig bearishes Momentum am Markt haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie wirkt es doch gerade überall so aussichtslos. Ich meine, die Altcoins sind richtig runtergeblutet. Bitcoin ist teilweise outperformt worden von einigen Altcoins und trotzdem wurden kaum bis gar keine Gewinne gemacht. Und alles in allem ist es doch sehr, sehr zäh. Und viele Leute sagen jetzt schon, es wird dieses Jahr nichts mehr kommen. Vielleicht 2023. Überall ist die Überschrift Bärenmarkt. Und auch ich bin mittlerweile schon angesteckt in diesem Bärenmarkt-Fieber. Also irgendwie alle haben so Angst davor und spekulieren schon darauf, dass Bitcoin vielleicht sogar nochmal in die Vierstelligkeit zurückkehrt. Also wenn man mal jetzt ganz kurz mal sich rausnimmt und einfach mal ganz sachlich überlegt, eigentlich ist doch genau jetzt der Punkt, wo die Leute so ängstlich sind wie eigentlich lange nicht mehr. Und genau das sind doch eigentlich genau die Momente, auf die wir als Investoren und Anleger warten. Ihr kennt ja den Spruch, buy when blood is on the streets, auch wenn es dein eigenes ist. Und genau das müssen wir uns eigentlich mal vergegenwärtigen. Und deshalb muss ich euch sagen, ist dieses Video unfassbar wertvoll. Und ihr seht schon, wir sind jetzt genau in dieser goldenen Zone und haben mit der 17.000er Marke tatsächlich den Boden dieser goldenen Zone erreicht. Er spricht gleich nochmal kurz darüber, warum das so eine wichtige Zone ist und warum wir jetzt sehr, sehr nah am Boden sind und warum wir nicht noch viel tiefer fallen könnten, weil er behauptet, wenn wir den kleinen C hier nochmal reinhalten würden, dann würde er noch nicht so wirklich bullisch sein. Aber da wir jetzt wirklich die gesamte goldene Zone ausfüllen und das statistisch gesehen, wenn wir uns mal die vorherigen Werte anschauen, der Jahre, wo wir in der goldenen Zone war, eigentlich immer innerhalb dieser goldenen Zone einen Boden gefunden haben, ja, dann muss ich ihm tatsächlich recht geben. Dann sieht es doch deutlich bullischer aus, als ich annehme, als viele von euch wahrscheinlich annehmen, als das, was der Großteil am Markt dort annimmt. Denn ansonsten wäre der Firmen-Greed-Index nicht da, wo er jetzt und auch schon die ganzen letzten Wochen steht. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir sind das erste Mal in der Geschichte von Bitcoin, zumindest in den letzten zwölf Jahren der Aufzeichnung, unterhalb der 200er EMA. Und erst recht wurde noch nie ein Körper, eine Kerze geschlossen unterhalb dieser Linie, was extrem bearish ist. Dazu kommt der zweite bearische Fakt, der das eigentlich nur nochmal bestätigt, und zwar in Form dieses Cycle-Charts, wo wir sehen, dass wir nur sehr, sehr wenig Ausreißer unterhalb dieser Linie hatten. Das waren in der Regel nur Dochte, während wir jetzt auch hier auf Basis eines Monatscharts wirklich einmal sehen, dass wir auf diesem Cycle-Chart eben unterhalb dieser Linie geschlossen haben, ebenfalls bearish. Wir haben also jetzt zwei extrem bearische Charts, die uns eigentlich den Anlass geben zu glauben, dass es weiter droppen wird. Dann haben wir aber noch zwei Charts, die das Ganze revidieren. Zum einen einmal den Monatschart, auf der er ganz normalen Fibonacci-Retracement angesetzt hat. Dort seht ihr, dass die 19,5 als sehr wichtiger Support gehalten hat. Wir haben zusätzlich vielleicht nochmal, by the way, einen negativen Fear & Greed Index, der in der Regel ein sehr, sehr guter und solider Indikator ist. Wir wissen eigentlich alle, ihr kennt ja meine Videos und wie oft haben wir schon darüber gesprochen, man glaubt nicht daran, dass jetzt der krasse Umschwung kommt. Genauso wenig, wie irgendeiner von euch geglaubt hätte, als Bitcoin bei 69.000 Dollar war, dass wir jetzt nicht die 100k anvisieren, sondern eher wieder die 10k anvisieren. So ist der Kryptomarkt, so funktioniert er. Und den letzten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, und zwar das Fass, in dem der Bulle sitzt, das ist eben dieser Gosien Channel. Wenn wir uns diesen Chart anschauen, sehen wir, dass hier die Golden Zones eingezeichnet worden, also die Bereiche, wo wir außerhalb des Gosien Channels rausgeflogen sind und dann einen Boden gebildet haben. All das war immer diese goldene, oder diese eingezeichnete goldene Zone. Und von daher muss ich ihm ganz klar eingestehen, seine Argumente sind gut. Natürlich gibt es jetzt zwei Charts, die dagegen sprechen, zwei, die dafür sprechen, und alles in allem kann sich auch der gute Herr von Crypto Crew University irren. Aber lasst uns ehrlich sein, seine Argumente sind wie gesagt gut, und man muss als guter Anleger oder auch Trader immer mal wieder seine Investments, aber eben auch den Markt gegenprüfen. Und auch wenn ich bis gestern Abend eine komplett andere Meinung hatte, muss ich zugeben, dass mir das Ganze doch schon zu denken übrig gelassen hat. Ich wollte euch das unbedingt zutragen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Video. Guckt euch das gerne mal in ganzer Hülle und Fülle an. Ich werde das Ganze verlinken. Abonniert auch sehr, sehr gerne seinen Kanal. Macht einen super Job, die es scheint. 264.000 Abonnenten. Jetzt hat er einen mehr. Ich gebe dir auch noch mal ein Like. Hast du richtig gut gemacht. Ich hatte einen großen Mehrwert bei diesem Video. Ich hoffe, du auch. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich. Wenn es dir noch mehr gefallen hat, lass mir doch ein Like da. Ansonsten war es das für heute. Ich drücke euch die Daumen, ganz egal, wohin der Kurs geht. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir mittel- bis langfristig gesehen alle extrem zufrieden sein werden mit unseren Investments. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich schon auf euch und bis bald. Ciao! Ciao!